Ich möchte dich heute noch mal auf drei Sachen aus unserem Shop hinweisen. Es sind diese drei Karten, die sich mit dem Thema beschäftigen Verheißung für meine Freiheit, Verheißung für mein Gebet und Verheißung für meine Heilung. In diesen Karten haben wir Worte aus der Bibel zusammengetragen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und sie sind dazu gedacht, dass man diese verheißungsorientierten Worte aus der Bibel in das eigene Glaubens- und Gebetsleben quasi hineinnimmt. Diese Karten helfen dazu, dass wir wachsen im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Vorsorge, auf seine Fürsorge und dass er uns in seiner Hand hält. Du kannst diese Karten bestellen in unserem Shop und wir denken, dass sie dich und auch Menschen in deiner Umgebung bereichern. Wir wissen, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!